Und geil finde ich dann auch immer, wenn es in den Kommentaren kommt, die Influencer, die verdienen viel zu gut und viel zu leicht. Das kann ja jeder. Dann mach es doch. Ja, dann mach doch. Mach doch. Du hast Instagram ja offensichtlich auch runtergeladen, weil sonst könntest du nämlich nicht kommentieren. Ja, oder wenn die Leute, was für die Leute kommentieren, wer guckt sich sowas an? Ja, du gerade. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit uns. Heute kommt wieder eine Folge Kaffeequatsch. Ohne Witz, weil wir haben eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, obwohl wir seit drei Wochen nicht mehr hier zusammen auf dem Sofa saßen. Seit drei Wochen her? Ja, wir haben doch einmal extra zweimal hintereinander aufgenommen, weil wir dann beide weg waren. Eigentlich war schon relativ viel los, aber das ist halt jetzt nicht so unfassbar spannend dazu zu hören. Also ich war zwischendurch noch auf einem Event in Hamburg, das war ganz cool. und Anahita war sehr beschäftigt mit noch Umziehen und Einrichten, aber da muss ich ihr ein großes Kompliment aussprechen. Ich war neulich kurz bei ihr in der Wohnung, als sie gar nicht da war, um aufzuschließen. Und ich dachte mir einfach nur so, diese Wohnung hat einfach so einen geilen Flair, das ist einfach so krass schön geworden. Ich finde es auch so, also ich fühle mich, ich habe mich gestern auch, ich bin reingekommen und dachte so, oh mein Gott, das ist so geil. Also ich kann es gar nicht glauben, dass es meine Wohnung ist tatsächlich. Aber auch wie die irgendwie, also kennst du das, wenn eine Wohnung so wirkt und wie so eine Seele hat? Ja, genau und ich finde, das hat die. Und das haben nicht, ich fand zum Beispiel das Haus, das wir in Florida hatten, das hatte auch so eine krasse Seele, weil das so, und die ist auch so, die ist so extrem hell und so. Also ich fühle mich einfach so wohl und ich kann mich auch so mit der Wohnung identifizieren tatsächlich. Also ich fühle mich, also ich dachte ja schon, ich bin reingekommen und dachte so, warum gehe ich überhaupt weg von Stuttgart? Ja, ich fühle mich einfach, also ich, ja, ich liebe es einfach krass und ich denke mir so, es ist noch nicht mal 100 Prozent fertig und ich finde es jetzt schon so geil. Ja, also es hängen jetzt inzwischen eigentlich ja nur so zwei Bilder oder so. Ja, es fehlen noch Bilder, es fehlt noch komplett dieser Gästezimmer, Max' Zimmer fehlt noch komplett, es fehlen schon noch einige Dinge, Teppiche. Stimmt, mit Teppichen wird es ja dann nochmal gemütlicher. Aber ich fühle mich jetzt schon einfach. Aber wo willst du noch einen Teppich hinlegen? Im Flur da, also weißt du, dieser lange Gang und da will ich auch noch Bilder aufhängen, so von Max und mir. Und ich hatte mir kurz auch überlegt, unterm Tisch einen hinzulegen, weil ich finde das, weil es heilt ja ein bisschen bei mir. Ja, weil es so hoch ist. Genau, das ist vielleicht, das nimmt, aber ich weiß halt nicht, ob das so schlau ist mit Kind unterm, ähm. Doch, ich habe ja auch einen Teppich unterm Tisch. Ja, also ich schaue mal, ob ich das vielleicht noch nehme. Ich würde dir, ich habe für die Camille jetzt, die Farbe ist nicht 100 Prozent passend, aber es gibt es ja auch ganz passend oder auch durchsichtig, so ein, dass du es einfach untermachst, dass es dann da noch abwischen kannst. Ja, aber der Max hat ja bei mir nicht mal einen Kinderstuhl, also ich hole auch keinen mehr. Holst du keinen mehr? Nö. Also, er ist ja an sich groß genug, um auf einem normalen Stuhl zu sitzen. Es gibt so, ähm, du kannst so ein Hocker, also so ein Kissen drauflegen. Ja, aber ich habe jetzt nicht vor, tatsächlich einen extra Kinderstuhl nochmal zu holen. Ich würde es nur deshalb machen, weil du weiße Stoffbezüge hast. Ja, und ich bin ja echt kurz davor, mir so einen scheiß Hühler zu holen. Ich denke, jedes Mal, wenn ich in meiner Story eine Story mit einem Staubsauger poste, kommt irgendeine Hühlervertreterin um, Ja, also mir schreiben auf Instagram tatsächlich so viele Hühlervertreter. Du brauchst einen Hühler. Du brauchst einen Hühler und wenn du, ich kann es dir zeigen und keine Ahnung, also deshalb, das ist so ein Ding, das ist das, warum ich es dann eigentlich nicht will, weil mich das schon so arg nervt, dass sie mir das so andrehen wollen, aber für mich, also allein schon jetzt mit dem Sofa merke ich es halt einfach. Und weil du hast ja keinen Staubsauger. Nee, ich habe eben, ich muss mir eh einen holen. Ja, schon, aber jetzt, ob ich mir einen Staubsauger für 300 Euro hole oder einen Staubsauger für zweieinhalbtausend Euro. Ja, aber das kriegst du ja als Influencerin sowieso viel, hat mir auch eine geschrieben, dass Influencer das extrem günstig kriegen. Ein Hühler? Ja. Echt jetzt? Ja. Also haben mir schon zwei Vertreterinnen geschrieben, die dann gesagt haben, dass sie dann trotzdem kommen würden und mir das zeigen würden. Und das ist halt auch das Ding, ich bin einfach zu faul, das zu lernen. Weißt du, ich habe keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Weil ich jetzt einfach in meiner Wohnung merke, wie geil ich sleep, wenn es sauber ist. Ja. Also ich bin richtig penibel und ich fände es halt voll cool fürs Sofa. Das heißt, wenn du ein Fleck bist, kannst du halt easy wegputzen mit diesem Hühler. Das ist halt auch mega hygienisch, muss man sagen. Ja, dann auch Matratzen, dann halt auch mein Polsterbett oder so. Also deshalb, das Einzige, das ist glaube ich auch mit Kabel, gell? Ja, das ist mit Kabel und das ist ja relativ groß, das Ding, das stört mich auch. Und das würde mich halt dann auch wieder ein bisschen nerven, tatsächlich. Also weißt du, weil wenn ich halt so einen Dyson, den ich halt irgendwo in den Schrank stellen kann und ohne Kabel, weil ich habe letztens den von China, den Staubsauger ausgeliehen, um zu staubsaugen, weil ich, wow, ich wohne jetzt seit zweieinhalb Wochen in meiner Wohnung und ich habe keinen Staubsauger, weil ich mich nicht entscheiden kann, welchen Staubsauger. Irgendwann kam mein Staubsauger zurück mit den Worten, der Akku ist leer. Ja, der Akku war leer, dann habe ich den von China ausgeliehen und da hat es mich voll genervt, das mit dem Kabel, weil wenn du dann so eine große Wohnung hast. Dann musst du immer umstöpseln. Ja, klar, das ist jetzt auch ein Luxusproblem, aber trotzdem nervig. Also ich würde niemals mit einem Kabelstaubsauger zurückkommen. Nee, das ist halt einfach mit Dyson einfach praktisch und Hüla hat halt auch wieder ein Kabel und das würde mich halt wieder nerven. Also Hüla ist das einzigste für diese ganzen Polstermöbel, dass ich es geil fände. Andererseits, Haflecken kann ich auch mit Hand rausputzen. Eben, und vor allem, wie oft machst du das dann tatsächlich, dass du es so richtig aussaugst? Und dann gibt es ja so eigentlich so richtige Roboter, die du mal ausleihen kannst, so richtig Wasser durch, dass es so eine Grundreinigung ist und wie oft muss man das machen? Wie oft muss man das bei der Matratze machen? Maximal einmal im Jahr. Ja, deshalb, ja, also ich werde mir wahrscheinlich jetzt irgendwann die Woche beim Mediamarkt einfach einen stinknormalen Dyson Staubsauger holen. Ich würde mir den, ich habe den Philips. Ja, ich war ja extra im Mediamarkt und wollte mir dann schon eine Staubsauger holen und dann stand ich bei Dyson und dann stand ich vor dem Philips. Ich wusste aber nicht, welcher das war und der Philips ist so viel billiger wie der Dyson. Also ich habe beide. Und der ist viel besser, der Philips, gell? Der Philips ist, der ist nicht schlecht, du musst nur diese Bürsten relativ oft wechseln, finde ich, weil die, die haben so eine Rotation, dass die Haare sich aufwickeln. Weil bei Dyson gibt es halt auch fünf verschiedene Modelle oder sechs. Von, ich glaube, 299 bis 699. Also ich finde den Philips völlig ausreichend für normal. Das Einzige, wofür ich den Dyson wirklich nutze, sind Hundehaare auf Teppik. Aber das hast du ja nicht. Das habe ich ja nicht. Und dann habe ich den Philips mit Wischaufsatz und das wäre für dich perfekt. Weil dann kannst du saugen und wischen in einem und bei dir ist es ja nicht so dreckig. Ja, wobei ich hatte immer so einen Staubwisch, Staubsauger, den habe ich dann meiner Mama gegeben. Weil ich finde da dieses Reinigen danach, also von diesem Gerät, irgendwie voll nervig und auch das Trocknen und so. Hä, echt jetzt? Also dann benutze jetzt, ich lade dir mal den Philips von mir, benutze den jetzt mal eine Woche und guckst dir an und dann kannst du entscheiden. Weil da, bei dem Philips, den ich habe, da setzt du nur unten so ein, da füllst du Wasser rein mit ein bisschen Spüli. Ah, nee, das war an dem ganzen Gerät. Nee, nee, genau. Und das setzt du unten drauf. Ja. Und dann, das wird zwar schon ein Teil mit hochgesaugt, aber das kannst du einfach einmal auslernen und fertig. Das ist echt easy. Weil bei dem anderen, da ist alles dann nass gewesen, da musst du erst alles trocknen, Trocknungsfunktionen anmachen und keine Ahnung, mit einer App steuern und da bin ich schon überfordert. Hält, na, okay, dann leih mal meinen Philips aus. Weil ich hatte keinen Bock. Also es war bestimmt gut, das war so von Roborock, glaube ich. Aber mit so einer App dann, das nervt mich schon alles. Und deshalb, ich habe ja auch, weißt du, was du von mir haben könntest? Unseren, wie heißt denn das Ding? Dieses runde Teil, das so durch die Gegend fährt. Ja, Stabsockroboter. Ja, genau. Halben und Schien nicht? Nee. Okay, den nehme ich gerne. Okay. Weil das geht bei uns nicht, weil der immer die scheiß Treppen runterfährt. Ach so. Also der fährt nicht runter, aber dann kommt er nicht mehr zurück, dann fährt er unter die Treppen. Ich wollte mir eh einen holen, aber ich dachte mir, ich hole mir halt erst einen normalen Stabsock, bevor ich mir das jetzt auch noch fahre. Nee, also den kannst du wirklich gerne haben, weil das funktioniert einfach auf vielen Etagen. Funktioniert das Ding nicht. Dann, wenn ich ihn unten habe, dann fährt er mir in den Garten und dann sagt er einfach Ciao, ich bin weg. Da kann man bestimmt auch mit einer App steuern, aber ich steuere einfach, ich könnte mein ganzes Haus mit einer App steuern. Aber ich finde es irgendwie anstrengend. Ich will einfach einen Lichtschalter. Ja, genau. Und zwar am liebsten, mich nervt auch schon ein ganz normalen. Ja, ich will einfach ein ganz normalen. Ja, nicht diese Editing. Ich nervt dieser scheiß Touch. Du drückst immer falsch und dann steht da ja auch nicht dran. Dann hast du, also wir haben überall im Haus, in jedem Raum ist so ein Minicomputer an der Wand. Da sind sechs Tapser. Ja. Und es steht ja aber nicht drauf, für was welcher ist. Das heißt, du probierst es immer aus und dann leuchtet dieser Computer auch so und wenn das Licht aus ist, dann leuchtet das Ding zu hell. Also als ich bei euch gewohnt habe, war ja auch immer dieser Schalter. Ich habe jede Nacht, habe ich was drüber gehangen, weil sonst das ganze Lichtschalter einfach zu hell ist. Ja, der ganze Raum war beleuchtet. Und dann haben wir zum Elektriker gesagt, okay, oben im Schlafzimmer wollen wir den Lichtschalter ausgeschalten haben, aber dann siehst du nicht, wo du draufdrückst. Dann wirst du ein Licht anmachen, drückst du irgendwo drauf, Festtagsbeleuchtung, Rollladen geht runter. Ich so, okay, okay, also zu viel, wirklich, wenn ihr ein Haus baut, scheißt auf diese ganze Technik, braucht kein Mensch. Bis auf eins, was wirklich, ich bin voll, also ich bin auf jeden Fall am Arsch, wenn ich diese Funktion nicht mehr habe, ist Fingerabdruck zum Türenöffnen. Das ist wirklich so praktisch, weil ihr braucht einfach nur einen Finger kurz dagegenhalten, ihr müsst das Ding ab und zu mal putzen, wenn es verschmutzt, dann funktioniert es nicht mehr richtig. Aber das ist wirklich praktisch, hat aber zufolge, dass wenn ihr irgendwo anders seid oder im Hotel seid, wo ihr euch wieder dran gewöhnen müsst, dass ihr irgendwie eine Karte oder einen Schlüssel mitnehmen müsst, dann wird es schwierig, aber das ist wirklich mega praktisch. Oder ihr lasst einfach die Bergkundtür immer offen, das könnt ihr auch machen. Das hat es gerade nicht wirklich gesagt. Bei uns ist ja immer alles offen, aber bei uns steht auch direkt vor der Tür der Hund, also kommt nicht. Ja, also ich finde es praktisch, dass im Offenischen kann ich immer rein und rausgehen, wie ich Bock habe. Und einen Staubsauger holen. Aber weißt du, das Witzigste ist, ich... Haben wir übrigens immer noch nicht gesagt, gell? Was? Das Witzigste ist ja, dass wenn ich zu Olivia gehe, ich gehe einfach rein und raus, so wie ich gerade, auch wenn ich sie nicht da bin, wenn ich gerade Bock habe, also ob ich meinen Trockner, also ich hatte noch keinen Trockner, ob ich einen Trockner benutzen muss, wenn ich Staubsauger... So, Olivia, also ich komme jetzt mit dem Schlüssel, okay? Also Olivia hat einen Schlüssel für meine Wohnung und sie sagt mir aber vorher Bescheid, also ich komme jetzt mit dem Schlüssel. Ja, aber das habe ich eigentlich nur gesagt, weil du gesagt hast, dass du Max hinlegst. Ja, aber dann hätte er trotzdem einfach reinlaufen können. Ja, aber du sagst ja nicht, dann gehst du ja nicht rein und sagst, hallo! Hallo, wo seid ihr? Krank rumgeschrien. So wäre mein Mann. Nee, das hast du da gesagt, aber auch am ersten Tag, wo du kamst. Also ich komme jetzt mit dem Schlüssel. Stimmt. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ja, also... Witzig. Okay, cool. Danke für die Information. Nee, aber das ist echt... Deine Wohnung ist echt krank schön. Ja, also wie gesagt, als ich gestern heimgekommen bin... Ich habe der Anahita gestern ein krasses Geschenk mitgebracht. Oh ja. Aber die Nachricht habe ich schon im Urlaub bekommen. Ich habe so eine Videonachricht bekommen von Olivia. Ja, hi. Wartet. Ich spiele sie euch vor. Es war so witzig, oh mein Gott. Aber ich dachte, da kommt jetzt keine Ahnung was, wisst ihr? Ja, die Anahita, der hat Angst, dass es nicht laut anhören kann. Ja, wartet. So. Morgen, Anahita. Ich habe ein Geschenk für dich. Es würde dich wirklich sehr freuen. Und würde dir dein Leben wirklich erleichtern. Und auch günstiger machen. Und ich habe das wirklich super gerne für dich getan. Und das ist das erste Mal, dass du sowas von mir kriegst. Und es ist auch das erste Mal, dass du sowas überhaupt hast. Ich hoffe, du freust dich. Eine ganze Packung. Guckt ihr das an? Ich habe mir einfach eine gelbe Sack für mich. Vor allem, wenn du jetzt immer noch nicht mit Bild anhören wirst. Eine ganze Packung. Guckt ihr das an? Was könnte es wohl sein? Ja, Olivia hat mir gelbe Säcke besorgt. Und ich bin dir unendlich dankbar. Ich habe heute Morgen schon den ersten gelben Sack in meinem Mülleimer. Boah, ich bin so erwachsen. Ich habe jetzt einen gelben Sack in meinem Haus. Wenn du jetzt noch krass bist. Weil gelber Sack ist ja groß. Und die Mülleimer sind immer klein. Und das nervt. Ich hatte mir schon überlegt, für den Balkon. Hol dir eine schöne Box, eine schwarze Box. Auch für Pfandflaschen und so. Ja, wirklich. Mach das. Hol dir einfach. Also ich gebe dir jetzt einen Lifehack. Hol dir keine Mülleimer, weil die sind immer, die sind kacke. Weil die sind dann so klein. Hast du so viele verschiedene. Hol dir bei Amazon von Wäschekörben. Stehende Wäschekörben. Das ist schwarz, viereckig. Sieht voll schön aus. Da haben wir auch schon so eine Linke geschickt. Also einfach so eine große Truhe. Genau. Und da kannst du alles drin sammeln. Da hast du alles in einem. Dann sieht es clean aus. Ich glaube, das mache ich auch wegen, dass ich auf dem Balkon so zwei große, einmal für gelben Sack und dann einmal noch für Pfandflaschen. Und dann habe ich in meinem Mülleimer unter dem Waschbecken so drei Dinger. Da habe ich dann einmal für so kleines Papierzeug, dann für Glasflaschen und eben Restmüll. Tatsächlich wird bei uns dieser normale Restmüll und Biomüll nicht getrennt. Also bei uns gibt es kein Biomüll. Also Kompostmüll. Hä? Habt ihr keine braune Tonne? Nein. Bei uns gibt es nur Papier, gelber Sack und Restmüll. Weil ich habe auch angefangen, wir haben noch mit Bio dazu drin. Ja, ja. Ich habe extra solche Kompostierbeutel. Kompostierbeutel. Solche Papier. Ja, das hatte ich in dem Müll, also in dem Dinger drin. Das sift voll durch, gell. Das sift so was von durch. Und dann war alles verschimmelt da drin. Musste ich erstmal wieder alles putzen. Also selbst mein Mülleimer ist ordentlich, Leute. Also wir haben die braune Tonne, du könntest es auch bei uns reinwerfen, weil das ist natürlich das, was nachher dann auch das Gewicht ausmacht in dem Restmüll. Aber das ist ja bei dir nicht so viel, weil du eh nicht kochst. Ja, also momentan ist tatsächlich so viel. Bei mir ist es richtig viel. Aber ich lerre den halt jeden Tag. Ja, ich müsste ihn dann auch jeden Tag lernen. Ich denke mal, das würde jetzt schon mehr werden, wenn ich halt dann mehr koche, was ich jetzt irgendwann mal logischerweise anfangen sollte. Ich habe jetzt irgendwie nicht angefangen, weil ich auch immer so zwischendrin unterwegs war. Aber jetzt bin ich ja mal eine Woche. Ja, auch nicht richtig. Also wenn ich euch nochmal ein Lifehack geben soll. Tatsächlich gibt es, es sind nicht alle, man muss drauf gucken, aber Eierschalenbehälter sind kompostierbar ganz arg oft, wenn man halt alles entfernt. Und wenn man die ganz nach unten macht, die sind so saugfähig, dass die dann so die Flüssigkeit wegnehmen. Und wenn man es dann jeden zweiten Tag, würde ich mal sagen, leert und dann mache ich es einmal kurz unterm Wasser, spüre ich es aus und stelle es wieder rein, dann ist es echt easy. Ja, also bei mir war es, also es war echt eklig, so richtig durchgesifft, war richtig verschimmelt. Und ich dachte so, toll. Und dann kannst du nämlich, und wenn du dann, ich bin immer noch ganz krass, wenn ich einen neuen Eierschalenbehälter unten rein stelle, dann leere ich als erstes immer noch die Kaffeemaschine. Das ist unten der Kaffeesatz und dann ist es so wie so ein Boden, der das so ein bisschen abhält, genau, dass es nicht so reinklebt. Was wir hier für, guck mal, was ihr hier noch mitnehmt aus dem Podcast. Ja. Aber ich könnte auch mal, habe ich mir auch mal überlegt, so eine Roomtour machen mit unnötigen Anschaffungen in unserem Haus durch überengagierte Innenarchitekten. Ach so. Weil ich habe zum Beispiel einen gelben Sackbehälter, in den wirklich gar nichts reinpasst, wirklich gar nichts. Wo? Dieser unter der Theke, der dünne, der ist so dünn. Ja, bei mir gibt es eben auch so drei dünne Dinger. Das ist richtig dämlich. Ja, aber weißt du, was der gekostet hat? Der hat einfach 400 Euro gekostet, 380 irgendwas für einen Müllbehälter. Und ich dachte halt, der ist richtig, richtig groß und dann wollte ich den halt stilistisch schön haben, weil ich ihn in der Wohnung hatte und halt nicht so ein hässliches Ding. Und schon gar nicht so ein Plastik-Klapp-Ding. Und dann habe ich mir einfach, und dann ist der voll klein gewesen und bringt einfach gar nichts. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich nochmal ein Haus bauen würde, würde ich mir auf jeden Fall so eine, also nicht so viele Regale oder so Zeug, sondern einen richtigen Raum, so einen Vorratsraum. Einen offenen Vorratsraum. Das ist so geil. Also das machen ja voll viele. Das würde ich auch tatsächlich, wenn ich jetzt jemals ein Haus oder eine Wohnung bauen würde. Auf jeden Fall. Das haben doch voll viele an der Küche, haben die ja so eine, wie so eine Schiebetür, wo dann so einen, da stehen auch diese ganzen hässlichen Geräte, wie keine Ahnung, Kitchen Aid, Thermomix. Also die ganzen hässlichen Sachen halt, die da so rumstehen, die man oftmals nicht rumstehen haben möchte. Ein offenes Regal, wo man einfach sieht, wenn das alles unten drin ist, man weiß gar nicht in der alten Wohnung. Also in der alten Wohnung hatten wir ja diesen Abstellraum, der ja auch schon praktisch war, der war direkt gegenüber von der Küche und da waren halt auch so Abstellsachen drin, wie Staubsauger, Bügelbrett, Wäscheständer, Wäsche, dann halt die Vorratssachen und das habe ich tatsächlich nicht in der neuen Wohnung. Deshalb habe ich jetzt in dem Gästezimmer so große Packschränke hingetan, den nutze ich jetzt als Vorratsschrank quasi und da werde ich auch einen Staubsauger reintun. Und ich bin auch dankbar, dass wir bei uns, wir haben hier eine Wäscheküche, also ich in der Wäscheküche, in dem Keller eine Wäscheküche, da darf man auch aufhängen, da bin ich auch ganz froh drum. Ich habe übrigens nicht getraut, mich heute Morgen die Waschmaschine anzumachen, weil wir das Zwischending nicht, ich habe es bestellt, ich hole es nachher ab von der Post, weil ich habe tatsächlich Angst, dass es robbt. Weil ich habe auch, also die in der Mitte haben so ein Zwischending, also die Waschmaschine neben mir hat so ein Zwischending, also wenn ihr eine Waschmaschine und den Trockner oben draufstellt, haben, sagen, manche sagen, man braucht so ein Zwischending, dass es halt nicht runtergerüttelt wird und manche sagen, hey, voll unnötig. Und die Waschmaschine neben mir hat so ein Zwischending und China, also die haben kein Zwischending, aber das steht irgendwie viel sicherer drauf, der Trockner. Bei mir, das ist ja so richtig knapp gefühlt, der Trockner ein bisschen größer wie die Waschmaschine. Und deshalb, ich wollte heute Morgen Wäsche waschen und dachte so, nee, ich gehe das Risiko nicht ein, wenn dich schleudert, ich warte lieber, bis ich nach, also das kam jetzt schon an, ich habe es letzte Woche schon bestellt, dieses Zwischending, was man jetzt so bestellt. Dieses Zwischending. Du könntest auch einfach ein paar Gewichtsscheiben oben drauflegen. Ja, viele, oder? Also nicht so ein Zwischending, was auch vor ihr gesagt habt, ist eine Rutschmatte zwischendrinne oder Spanngürte. Also das heißt, das ist einfach beide, was du jetzt dann benutzt, ist halt egal, ich muss es jetzt noch abholen dann. Es nervt mich gerade, es fällt mir ein, dass ich nicht mal im Briefkasten war und dieses in den Zettel rausgerührt habe. Oh fuck, ich habe es auch vergessen. Ja, es ist so dumm und es ist wahrscheinlich hier. Oh, wie nervig. Wir wohnen jetzt Stuttgart-Wesch, das ist ja diese andere, diese Korntal. Da war ich noch nie. Echt? Also ich habe eigentlich immer hier abholen müssen, Stuttgart-Nord. Und jetzt, seitdem ich in einer neuen Wohnung wohne, ist es immer da in dem… Gegenüber von einem Blumenladen. Ja genau, da muss ich jetzt immer abholen. Ja genau, da hole ich auch ab. Oder, richtig nervig, in der ganz langen Straße, da kann man nämlich nirgends parken, wo ich mir denke, vor allen Dingen denke ich mir, stellt doch das Paket einfach ab. So ist mir doch egal. Ja. Stellt es doch einfach ab. Ja, was können wir noch für Haushaltstipps geben? Also apropos Haushalt, ich habe jetzt eine Putzhilfe und ich hatte immer mal wieder welche, die ich so getestet habe, dann waren welche da, die waren eigentlich Fensterputzer. Das war dann so eine richtige Firma, die waren einfach viel zu teuer. Die waren einfach 2000 Euro im Monat gezahlt für Reinigung. Ich wollte die einmal ausleihen für quasi die Grundreinigung für die Wohnung und dachte mir so, nee, das ist mir dann zu teuer. Ja, und dann hat sie gesagt, kannst du putzen, Olivia? Und dann bin ich gekommen. Ich habe gesagt, ich schreibe dir noch die Rechnung. Nee, aber die sind echt einfach viel, viel, viel zu teuer. Und jetzt habe ich jemanden eingestellt auf 420 Euro Basis und das ist schon so geil, weil ich bin echt, also bei mir ist es auch super ordentlich, aber es ist einfach, der Anspruch ist halt sehr hoch, weil es halt einfach groß ist und ja auch draußen immer noch und dadurch, dass man ja auch immer Zugang zum Garten hat, läuft man halt auch viel rein, raus, rein, raus, ohne jetzt irgendwie Schuhe auszuziehen und an nackten Füßen klebt ja auch Dreck. Und dann kam sie gestern und ist so richtig engagiert und sagt dann, wie kann ich Ihnen noch irgendwie helfen? Also was gibt es heute für besondere Aufgaben? Keine besonderen Aufgaben, heute vielleicht den ersten und die zweite Etage und am Donnerstag, wenn sie das zweite Mal kommt, nur das EG. Und dann sagt sie, und sonst, irgendwie soll ich Ihnen noch was kochen? Was? Ja, muss man noch Wäsche aufhängen, falten oder was bügeln? Und dann habe ich zu ihr nur gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben was gebügelt. Ja, aber warum, also ich dachte, es ist eine Haushaltshilfe, das ist alles. Die ist gekennzeichnet, also so ist sie angestellt, Haushaltshilfe, heißt es von dieser Agentur. Das hatte meine Mama auch mal früher, ich glaube, also sie hatte das tatsächlich, weil sie würde da an der Hüfte operiert und das würde dann irgendwie von der Krankenkasse übernommen. Genau, genau, das kann auch sein. Oder wenn du zum Beispiel ein Kind kriegst. Genau, und die hat tatsächlich dann auch gekocht und so. Genau, und die hat halt, ich habe halt mit ihr gesagt, es kann sein, dass sich Aufgaben immer mal wieder verändern. Was weiß ich, wenn wir jetzt im Sommer eigentlich nur draußen sind, dann muss ich nicht jede Woche zusätzlich die oberen zwei Stockwerke putzen, weil dann sauge ich da einmal durch und dann war es das und das ist dann halt zum Beispiel eher so, die Terrasse im Herbst wird viel draußen, weil wenn die ganzen Blätter, habe ich jetzt gemerkt, auf den Treppen liegen und nass werden, dann ist die Treppe extrem rutschig und deshalb solches, und dass ich das immer mal wieder verlagere, deshalb haben wir gesagt, wir machen immer, entweder wir schreiben über WhatsApp oder sie kommt, wenn ich da bin und dann sprechen wir uns halt einmal kurz ab und dann war sie so voll süß engagiert und dann mit ihrem Bügeln, wo ich dachte, ich habe noch nie was gebügelt. Alles, was gebügelt wird, kommt in die Reinigung oder wird nicht, oder wird zerknittert getragen. Also bügeln bin ich einfach, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich hole schon Bügeleisen. Ja, ich habe auch eins, aber ich bügel dann mal für ein Event, also extra kurz davor bügel ich was drüber. Ganz echt, wir laufen halt auch in Sportklamotten rum, das ist halt das Problem, wenn du jetzt aber halt auch mal ein schönes T-Shirt anziehen wollen würdest, das jetzt nicht super viele knittert, dann müsste man ja bügeln. Okay, geil, bin ich mal gespannt, wie die so ist. Ich bin wirklich super, super krass dankbar dafür und ich habe mich schon wieder so aufgeregt, weil ständig wirklich in jedem Reel kommt, wenn ich irgendwie sage, ich habe Hilfe genommen oder ich bin im Stress oder ich bin müde oder kommt immer bla bla bla, aber du hast doch ein Au-pair. Wo ich mir denke, ey, es nervt mich so, dass ständig bei allem dieses Au-pair zitiert wird. Und ich habe auch wieder gedacht, am liebsten würde ich den Leuten das mal in Stunden darlegen, dass bei mir das Au-pair eigentlich das übernimmt. Ich würde mal sagen, was bei 50 Prozent der Leuten, die mir da folgen, nicht bei allen, definitiv nicht. wahrscheinlich die Zeit ist von dem Vater. Und klar, die Rose ist jetzt mega engagiert, die hilft mir wirklich krass viel, aber ich habe halt auch einfach, also erstens arbeite ich ja, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Hund und ich habe ein großes Haus plus Garten und eben keinen Mann, der irgendwelche Aufgaben übernimmt. Und mich nervt das so, dass ich mich ständig rechtfertigen muss, egal für, also in meinem Kopf muss, egal was ich mache, dass ja das Au-pair quasi ja alles machen könnte. Hey, warum, warum musst du fegen? Du hast doch ein Au-pair. Hey, warum musst du kochen? Du hast doch ein Au-pair. Ich glaube tatsächlich, dass das wahrscheinlich die Menschen, also weißt du, es gibt ja trotzdem voll viele Frauen, die auch zum Beispiel zwei Kinder haben und auch ein Haus haben und halt nicht diese Hilfe haben. Und ich glaube, dass so Kommentare halt von so Menschen kommen, die es halt wahrscheinlich einfach voll gerne hätten. und dann in der Situation eventuell nicht verstehen, warum du gestresst bist, weil sie sind ja auch gestresst, also so kann ich es mir nur erklären. Also bei mir kommt ja auch, hey, was arbeitest du den ganzen Tag? Und ich denke mir, du, ja, also mein Leben finanziert sich von selber. Deshalb, also, Aber weißt du, das triggert, also inzwischen triggert mich das. Aber ich, mich nervt das auch, also mich nervt das auch, wenn Leute dann irgendwie sagen, keine Ahnung, du arbeitest ja nicht, du machst den ganzen Tag nichts, du gehst nur zum Sport und Nägel machen, I don't know. Oder also in der freien Zeit gehe ich zum Beispiel zum Sport, wo ich mir denke, ja, ich habe bis 14.30 Uhr Zeit, in Sport zu gehen. Ich kann halt nicht abends um 20 Uhr in Sport gehen, weil ich da niemanden habe, der auf mein Kind aufpasst. Also natürlich muss ich das in die Zeit halt irgendwie, und ich bin ja auch immer noch ein Mensch. Und mich nervt das halt, wenn die dann sagen, du würdest nichts arbeiten. Und ich denke, ja, und dann, was denkst du denn du? Also, früher hieß es, okay, Jörg hat mein Leben finanziert, jetzt heißt, ja, wird immer noch von Jörg finanziert. Und ich meine, klar, mein Leben wird im Großteil von meinem Mann finanziert. Ja, aber das ist, glaube ich, bei dir eh nicht so ein Thema, oder? Dass ich alles von meinem Mann kriege? Ja, oder? Ja, doch, voll Gas. Alles, ich habe dann geschrieben, ja, ich habe auch ein großes Haus. Das hättest du auch nicht, wenn du deinen Mann nicht hättest. Okay, Gisela, dann halt doch einfach dein Maul, wenn du nicht nirgst, ist zu sagen. Aber ich kann mir, also es ist ja bei den wenigsten Paaren so, dass man quasi ein Haus, also klar, normalerweise ist es wahrscheinlich so, dass man das irgendwie zusammenwuppt oder so, aber ich glaube, in ganz, ganz vielen, ich würde sagen, in 80 Prozent der Fällen ist es auch so, dass man ein Haus hat, weil das, also weil es ist halt, es ist nun mal immer noch so heutzutage, dass meistens der Mann halt arbeiten geht und die Frau halt einfach zu Hause ist. Und, oder was du auch gerade gesagt hast, wenn dann, also die Leute, die ein ähnlich großes Haus haben, also haben und dazu einen ähnlich großen Garten, da kannst du ja davon auch ausgehen, dass die wahrscheinlich auch relativ gut verdienen müssen. Ja. So, warum judgen die dann über ein Au-pair? So, dann, dann, dann mach doch. Ja. So, dann hol dir doch eins. Ich weiß es nicht. Ich glaube, weil sie es gerne hätten. Aber sie es nicht vorstellen können, quasi diese Privatsphäre aufzugeben. Also weißt du, ich finde, also weißt du, dann lässt er doch nicht. Ich denke mir so, also so für die Hilfe, so fände ich ein Au-pair auch manchmal ganz geil, aber ich würde es trotzdem nicht wollen. Also ich würde es einfach nicht, also weil ich, ich hätte ja die Räumlichkeit und so und ich könnte es mir wahrscheinlich auch leisten, aber ich will es halt nicht. Genau, aber wenn du es nicht willst, dann heißt es doch nicht, dass, also, dann sagst du ja nicht das, nur weil du es dir nicht vorstellen kannst, dass dann alles, also wie kann man es erklären? Also es ist ja dann nicht so, nur weil du ein Au-pair hast, dass du plötzlich nichts mehr zu tun hast. Aber das sind, wie gesagt, meistens die Menschen, die neidisch sind, die Kommentare, die kommen so, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt kommen bei mir von irgendwelchen Männern, ja ist ja logisch, dass sich dein Mann von dir getrennt hat, wenn du nie geputzt hast. Bei mir kommt jetzt die ganze Zeit, weil du dich getrennt hast, pass auf, dass du nicht die Nächste bist, pass auf, dass dein Mann dich nicht verlässt, dann du bist die Nächste, wo ich mir denke, also A, wo ich mir denke, wer wen verlassen hat und B, warum es liegt, also, warum soll das an mir liegen, auf was soll ich denn aufpassen? Ja, oder warum soll es am Putzen liegen? Ja, sorry. Also deshalb, und das sind ja meistens, und wie gesagt, die Kommentare kommen bei mir, zum Beispiel von Männern, wenn ich draufgehe, von irgendwelchen hässlichen, keine Ahnung, zum Teil auch 20-Jährigen oder 30-Jährigen oder 40, wo dann einfach, wo ich weiß, die hätten mich gerne, ich würde die halt nicht mal mit meinem Arsch anschauen. Ja. Das sind diese Menschen. Von denen kommen dann solche Kommentare. Oder bei mir, manchmal hat eine, wie hieß es, die hieß denn die? Wolle, keine, also eine Frau, Stoffwolle, die hat schon, Stoffwolle? Ich war, ja, irgendwie ist die ganz komisch, die hat jedes Re-Kommentiert, als ich in Greta war. Warum denn das was Besonderes ist, dass man mit Kind alleine geht, das ist doch was Selbstverständliches und sie versteht nicht, warum ich so gefeiert werde, also, aber tatsächlich keine Haterin, also die schreibt mir auch ganz, ganz liebe Nachrichten. Aber sie hat sich darüber aufgeregt, dass andere Leute mich, also, dass sie mich toll finden, dass sie das bewundernswert finden, dass sie das Vorbild sehen, bla bla bla. Und jetzt hat sie irgendwie wieder kommentiert, dass sie ja nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber sie hat immer sich über die anderen Menschen auch wieder aufgeregt. Also es gibt, glaube ich, einfach Menschen in Deutschland, ich habe auch neulich, ich habe neulich was gescreenshotted, weil da ging es gegen uns, ich muss nachher suchen, da ging es gegen uns beide und die hat aber immer nur mir geschrieben, aber so euch, also sie hat uns beide gemeint und hat immer gesagt, ja, ihr seid so arrogant, ihr seid, ich kann verstehen, dass ihr von euren Männern verlassen wurdet, ich sage, wurde ich nicht. Also, und dieses, dass mein Mann mich verlässt, ist jetzt gerade top aktuell. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in einem Jahr hier als Single sitzen. Ja, oder als Paar, wir beide. Also, aber ich verstehe, dass sich das triggert. Nee, mir geht es einfach, weil es gerade wieder durch wahrscheinlich diese neue Situation oder vielleicht auch durch dich, weil du viele neue Follower hast, die dann auf mich gehen und mich nicht kennen und dann diese kurzen Ausschnitte sehen und das, wenn das so geballt kommt, dann bin ich so gereizt. Ja, aber ich glaube, also, weißt du, ich würde mir einfach an deiner Stelle denken, also weißt du, du hast so ein geiles Leben, ich hätte das Leben auch geiles, es ist einfach nur geil, also warum lässt du das über, also sorry. Warum lässt man das an sich ran? Ja, weil, also, wer findet es nicht geil, also klar, ein Mann zu haben, der erfolgreich ist, der gut verdient, in einem coolen Haus zu wohnen, das einen Pool hat, ein Au-pair zu haben, dann ist der genisch auch noch da. Immer eine coole Nachbarn. Also sorry, also es geht ja, also mehr Goals geht ja nicht, also deshalb würde ich, und ist ja logisch, dass du dafür von anderen Menschen, die vielleicht das auch gerne hätten, also weißt du, ich würde ja gar nicht... Ja, das stimmt auch, es gibt auch, es gibt immer wieder Phasen, das ist mir wirklich egal. Ich glaube halt einfach, dass dann auch manchmal, weil dein Content ja auch so ein bisschen triggert, die werden ja auch getriggert durch dich und dann triggern die dich halt zurück. Also wenn dich das triggert, dann müsstest du da halt ein bisschen zurück... Ein bisschen ändern und ein bisschen rückfahren. Aber weißt du, ich sage ja, also ich mache ja nie ein Geheimnis daraus, also als ich die Putzfrau jetzt fest, als ich gestern den Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, habe ich direkt eine Story gemacht, also Leute, ich habe eine Putzfrau, weil ich denke... Ja, aber das triggert ja dann Leute, aber... Aber ich will mich nicht, weißt du, ich will nicht, dass die Leute, die ich nicht triggern möchte, sondern die ich gerne mag, dass die denken, sie sind schlechter als ich, weil sie irgendwie weniger gut ihren Haushalt schaffen oder so. Ja, aber das ist ja das, was dich ja ausmacht. Dass die mich blöd finden oder sich selbst schlecht fühlen. Das ist ja das, was dich ausmacht, dass du sagst, hey, also ich bin authentisch, ich sag's so, wie es ist. Also was ist ja auch viel, viel besser, das ist halt zu sagen, ja, ich hab das und das und das und deshalb bekomme ich nur das und das und das hin. Und wie das so irgendwas... Ja, aber natürlich triggert's genug Leute. Ja, warum aber... Ja, es ist einfach... Also weißt du, warum sollst du das nicht leisten, wenn man sich's leisten kann? Ja. Ja. So. Es ist halt, es ist natürlich immer so egal, also natürlich, ich hab ein mega geiles Leben, aber man darf halt auch nie vergessen, dass dieses Leben auch Schattenseiten hat und, aber dass man die, das find ich halt eben so ein bisschen traurig manchmal, dass ich, weil ich ja so ein geiles Leben hab, nie sagen darf, irgendwas sei anstrengend oder irgendwas ist mal nicht so cool. Ja, aber doch, darfst du ja, weil es ja einfach... Genau, aber dann muss ich halt und dann in dem Moment, wenn ich zum Beispiel sag, das und das ist nicht so cool, mach ich mich ja auch verletzlich. Und wenn mich dann jemand angreift, dann ist es natürlich so, dass... Aber weißt du, klar, du hast diese ganzen Goals, aber zum Beispiel dann das Thema, sag ich jetzt mal, Familienleben ist ja auch so ein, in Anführungszeichen, negativer Punkt, den zum Beispiel jetzt andere Familien halt haben. Die haben halt dann von mir aus nicht diese, diese ganzen finanziellen und diese ganze Unterstützung. Die haben halt dafür einen Partner, der dann halt wirklich so ein richtiger, ich sag mal Papa ist, der immer da ist, wo man immer alles Familie macht und man muss immer im Leben irgendwelche Abstriche machen, aber es muss ja für einen selber 100% passen und wenn dann die Person zum Beispiel deshalb getriggert wird, weil, keine Ahnung, dann... Ich bin einfach, was das angeht, immer wieder so krass entsetzt, wie viel Negativität in anderen Menschen steckt. Jetzt nicht mal so im direkten Angriff auf eine bestimmte Situation, sondern einfach, wenn du jetzt so, oder bei dir ja auch in den Reads, postest einfach irgendwas und es wird wirklich das Haar in der Suppe gesucht. Und dann ist nichts auszusetzen, dann heißt es, Igitt, du kämpfst deinen Kindern die Haare auf der Kochinsel. Und ich mir denke, warum musstest du das jetzt sagen? Das ist bei dir schon krass. Bei dir wird, also wirklich, das ist echt... Also weißt du, warum kam das über deine Finger, dass du das jetzt da reintippen musst? Also was stimmt nicht mit den Menschen, dass es so, also dass es denen so eine Freude bereitet, das dann da mitzuteilen? Also weißt du, dass bei mir Kommentare kommen, wenn ich meine Vlogs posten, dann kommt, hey, was arbeitest du? Oder, keine Ahnung, oder jetzt kam die ganze Zeit, wie kannst du dir so eine große Wohnung leisten? Äh, was kostet die Wohnung? Wo ich mir denke, ja Leute, wir arbeiten halt doch. Also, keine Ahnung, das nervt mich da ein bisschen, aber... Ja, aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil viele, die jetzt nicht in der Branche quasi drin sind, die wissen ja auch nicht, was dahinter verdient und was auch dahinter als Arbeit steckt, aber so zum Beispiel irgendwie zu erzählen, warum kämpfst du die Haare auf der Druck, also das ist halt einfach nur dämlich, das tut mir leid. Das ist richtig lächerlich und geil finde ich dann auch immer, wenn es in den Kommentaren kommt, ja, die Influencer, die verdienen viel zu gut und viel zu leicht, das kann ja jeder. Dann machst du doch. Ja, dann mach doch. Mach doch. Es steht, du hast Instagram ja offensichtlich auch runtergeladen, weil sonst könntest du nämlich nicht kommentieren. Ja, oder wenn diese Leute, was finde ich, wer Leute kommentiert, wer guckt sich sowas an? Ja, du gerade. Oder die gestern in diesem Reel hat geschrieben, ich habe das, das war ein Reef im Vlog vom Vortag und ich habe ihn morgens um halb neun hochgeladen und ich habe halt gesagt, ich habe in der Caption einfach nur stehen, es wäre schön, wenn er Vormittag zwei Stunden mehr hätte. Und dann schreibt sie, ich liebe ja Frauen, die sich darüber aufregen, zu viel, zu wenig Zeit zu haben, die nur zum Sport Nägel machen und Co. gehen. was würden dann die Leute sagen, die morgens um acht pünktlich bei der Arbeit sein müssen. Und dann habe ich auch wieder nur gedacht, okay, Laura25678, du ganz offensichtlich bist gerade morgens um neun Uhr in Instagram und scrollst durch Reels und kommentierst, also kannst du, Laura15678, mir das ja auch wohl nicht erklären, wie das die Leute machen, die morgens um acht arbeiten müssen. Aber ich habe ja in dem Moment wenigstens ein Reel hochgeladen, was ja Teil meines Jobs ist. Oh, naja, könnte ich mich, könnte ich mal wieder drüber philosophieren. War, sind aber nicht die einzigen, über die ich mich diese Woche schon aufgeregt, der letzte Woche aufgeregt habe. Ich habe doch auch mal die Oma im Edeka zusammengefalten. Alter, stimmt. Die hat einfach meine Kinder angeschnauzt, dass sie ruhig sein sollen und dann ist mir leider wirklich überraschend die Hutschnur geplatzt. Du hast richtig gezittert, gell? Ich konnte, also am Anfang konnte mein Handy nicht halten, weil ich so wütend war, weil ich einfach nur dachte, innerlich dachte ich zwei Sachen, du armer, verbitterter alter Mensch, du hast in deinem Leben wahrscheinlich noch nie Liebe erfahren, bist wahrscheinlich in einer Zeit aufgewachsen, wo Kinder einfach nur niedergemacht wurden, die keine eigene Meinung haben durften, die wie kleine Soldaten parat stehen mussten. Das dachte ich. Und zum anderen dachte ich, warum bist du jetzt gerade hier? Geh doch einfach. Also sie war ja, die stand da einfach. Und es hat mich, ich war ja eh schon so gestresst, weil die Kinder so, die haben ja rumgeschrien. Stimmt ja. Scheiße. Es war ja auch laut. Aber wenn du mich jetzt darauf noch hinweist, dann wird es ja nicht besser deswegen. Und hinter mir war eine ewig lange Schlange. Und da habe ich gedacht, das gibt es übrigens in anderen Ländern, habe ich danach auch voll, ich habe ja eine Story drüber gemacht, da haben mir wirklich viele geschrieben, dass ihnen das auch so geht. Und in ganz vielen anderen Ländern gibt es Mutter-Kind-Kassen. Und weniger als fünf Teile. Also das ist eine Kasse. Da kannst du immer hingehen, wenn du weniger als fünf Teile hast, dass es einfach schnell geht. Und die sind aber auch für Mutter und Kind, dass sie nicht so lange warten müssen. Da dachte ich, ja. Also Grüße gehen raus an Edeka, Lidl, Aldi, Rewe. Mach doch mal bitte eine Mutter-Kind-Kasse oder diese weniger als fünf Teile. Wer hat uns allen geholfen und ich müsste keine Omas mehr anschreien. Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Ravensburger. Und zwar genau genommen TipToy. Wer kennt es nicht mit kleinen Kindern? Ich glaube, TipToy kennt wirklich jeder. TipToy ist so ein super cooles Lernsystem für Kinder. Also ihr habt da einmal so einen TipToy-Stift. Der ist auch super griffig. Also es heißt auch für kleinere Kinderhände ist er super praktisch. Und man hat eben dann solche Bücher. Und wenn man dann eben mit dem Stift auch verschiedene Bilder oder Texte tippt, dann wird das quasi vorgelesen. Es kommen Geräusche, es kommt Musik. Und die Kinder können eben auf ganz, ganz tolle Art und Weise lernen, was zum Beispiel hier in diesem Buch Mut bedeutet. Das ist Max' Lieblingsbuch. Ja, also Max liebt dieses Buch, weil da auch so ganz, ganz tolle Geräusche eben kommen. So unheimliche mit Dinos. Und der Drache eben auch so richtig, ja, ich weiß nicht, ich glaube so, man kann sich da als Kind auch gut identifizieren. Es gibt aber auch zum Beispiel Puzzle. Das heißt, man kann dann puzzeln und dann kommen Geräusche, wenn man quasi alles zusammengefügt hat. Oder es gibt auch richtig tolle Spiele. Spiele und Liedbücher. Und ich sage es euch, Leute, da lohnt sich das richtig, weil da habt ihr die Melodie. Weil wer kann denn bitte ein Lied singen, das man nicht kennt ohne die Melodie. Und der Stift macht dann quasi Melodie. Also es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei und auch, ich würde mal sagen, ab zwei bis circa zehn Jahre. Also es steht auch immer dran, zum Beispiel hier vier bis sieben. Und also Max kann das jetzt auch schon gut verwenden, ab drei Jahre. Also ihr habt da wirklich, es gibt einfach so tolle Sachen und ich finde, das erleichtert einfach das Leben einer Mama und auch eines Papas, weil man einfach das Kind, also das ist einfach eine Selbstbeschäftigung. Und also Max kann sich locker eine halbe Stunde mit so einem Buch beschäftigen. Die aber halt diese Kreativität nicht nimmt, weil man sich ja trotzdem die Bilder noch vorstellen kann. Genau und sie eben selber zum Beispiel auch antippen können. Hey, ich möchte jetzt den Drachen antippen. Ich möchte ihn auch dreimal antippen. Also Max hat so bestimmte Geräusche, die dann in dem Buch kommen, die er einfach immer und immer, immer wieder anhören möchte. Und für alle, die vielleicht auch Interesse daran haben, haben wir eine kleine Überraschung. Genau, es gibt ein Gewinnspiel. Und dieses Gewinnspiel, es gibt drei Tiptoysets zu gewinnen. Und dieses umfasst diese zwei Bücher, also einmal Daru Trache und die Sache mit dem Mut und Lenny Lamm und die Sache mit der Wut. Und dazu eben dieser Tiptoysstift. Also ich finde es richtig, richtig cool. Vor allem, ich finde diese zwei Bücher einfach so toll, was einfach auch so diese Eigenschaft von Mut und auch von Wut einfach so toll erklärt und den Kindern dann einfach so ein Gefühl dafür gibt. Was bedeutet das denn überhaupt? Und was wir vielleicht auch noch erwähnen können für alle, die einen Stift schon haben, dass der Stift aus der vierten Generation, also der aktuelle Stift, genau, der aktuellste Stift ist mit allen Büchern kombinierbar, also man kann es auf alles anwenden, man braucht nicht irgendwie immer den neuesten, immer den neuesten, sondern die haben das schon so gemacht, dass eigentlich alles miteinander kombinierbar ist. Ausgenommen sind aber die Creator-Produkte, das heißt der Stift mit der blauen Packung ist leider nicht mit der aktuellen Generation kombinierbar, weil da quasi keine Aufnahmefunktion mit drin ist. Aber sonst funktioniert alles und falls ihr Lust habt, es zu gewinnen, wünschen wir euch viel Glück. Ihr müsst uns dafür einmal folgen, den Beitrag liken und wir schreiben aber alles nochmal in die Shownotes und auch in die Caption und dann könnt ihr alles nachlesen und teilnehmen. Ja, was war noch los? Was war bei dir noch? Bei mir gar nicht, also wie gesagt, ich war sehr viel jetzt beschäftigt mit der Einrichtung, aber das hat jetzt alles funktioniert. Jetzt war ich vier Tage oder fünf Tage weg, also ich war drei Nächte weg mit Miri auf St. Künter, es war richtig, richtig schön, also wir haben richtig viel erlebt und das haben wir einfach auch beide gesagt, wenn man quasi die Tage, die man dann vor Ort hat, irgendwie vollpackt und von morgens bis abends was unternimmt und plant und was sieht, dann hat man wirklich das Gefühl, man war ewig weg, wie wenn man einfach nur den ganzen Tag am Hotel Strand oder Pool lag und ich habe das tatsächlich auch für mich gemerkt, auch jetzt so in den letzten Monaten, auch wo ich jetzt mit Max in Kreta war und unterwegs war, ich bin nicht mehr diese Hotelurlauber, also mir macht das irgendwie keinen Spaß, in irgendeinen Fünf-Sterne-Luxusstuppen zu gehen, da dann fünf Tage am Pool zu liegen und irgendwie, also auch schon mal schön ein, zwei Tage mich zu sonnen und mir ist schon auch, also das will ich nicht sagen, mir schon auch ein schönes Hotel wichtig und auch das schön sauber ist und alles. Aber ich will irgendwie lieber was erleben, was sehen, also zum Beispiel, also jetzt so campen, da war ich ja auch mit meiner Mama, das habe ich jetzt auch nicht mehr so gefühlt, also dieses richtig freie Campen, also ich kannte Campen auch, aber immer auf so schönen Campingplätzen, wo es wirklich richtig schöne duschen und also es war eigentlich wie ein Hotel, nur dass man halt im Wohnwagen oder im Zelt geschlafen hat, sowas ist schon meins, aber wir haben ja so billig campen gemacht, das war ganz schlimm und campen ist auch nicht mehr so günstig, wie es früher mal war tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, billig campen ist gut, ist gut, also ich weiß nur, was wir für unser Wohnmobil damals gezahlt haben. Ja, ich wollte gerade sagen, auch nicht mehr, also campen ist nicht mehr das, was früher war, aber was ich für mich gemerkt habe, was mir einfach Spaß macht, also ist einfach zum Beispiel sowas, also auch als wir jetzt einen Quad gemietet haben, einen Quad oder ein Auto oder einen Roller zu mieten und dann einfach zu fahren, mir die Landschaft anzuschauen, dann so zum Beispiel so Step by Step, so ich bin heute in dem Airbnb oder dem kleinen Hotel am nächsten Tag und dann fahren wir ein bisschen ein, zwei Stunden und dann schauen wir Snackstern, dass man sich auch irgendwas sieht, wo man halt auch verreist, also das ist richtig geil, das macht wirklich, also und ja, das finde ich richtig schön. Ich bin jetzt mal gespannt, weil ich habe ja eigentlich im, ich glaube November oder Oktober, Ende Oktober bin ich mit Max in Dubai und was ich da noch mache. Da kann man auch, da kann man auch was erleben. Wann bist du da genau? Ich glaube Ende Oktober irgendwann. Vielleicht komme ich mit? Also ich habe an sich, also ich bin, habe gebucht für zwei Erwachsene und ein Kind. Ich bin jetzt bisher nur ein Erwachsener und ein Kind. Ja, weil ich weiß, dass mein Mann hat irgendwann auch nochmal frei, das weiß ich noch. Also ich glaube irgendwann Ende Oktober. Ich habe mir eigentlich ja überlegt gehabt, dieses Jahr über den Winter irgendwie ins Warme zu gehen, entweder Oman, Malediven oder sowas. Und aber dann ging es mir genau, was du gerade gesagt hast, dieses Ich will was erleben. Dann ist mir irgendwie in den Kopf gegangen, dass ich mal voll gerne mit den Kindern nach Andalusien würde zum Reiten. Aber ich glaube, sie sind auch einen Tick zu klein. Wenn die Camille noch ein Jahr älter ist, dann, wobei die Camille echt lang und sicher auf dem Pferd sitzt. Also das ist ja super, für Kinder ist ja Reiten mega anstrengend, deshalb die schaffen das gar nicht so lange, weil die so extrem durchgeschaukelt werden. Aber ich habe es jetzt, als wir im Urlaub waren, in Ibiza waren wir auch in so einem Hotel, da war so ein Mini-Stall angeschlossen. Und da waren wir auch dreimal beim Reiten, so eine halbe Stunde. Und die Camille sagt jeden Tag, sie will in Urlaub zu dem Pferd. Oh schön. Und sie liebt einfach Pferde so arg. Also so arg, deshalb habe ich mir Andalusien überlegt, vielleicht fürs Frühjahr oder so dann. Und dann ist mir noch eingefallen, hat meine Mutter mir ein Hotel empfohlen. Das ist in Tirol. Ich habe gerade aktuell den Namen vergessen. Ich poste vielleicht mal an die Story, erinnert mich dran. Und dieses Hotel habe ich nochmal anguckt, das wäre auch echt was für uns. Da gibt es erstens, das ist schon ein Familienhotel, ist quasi integriert in den Biobauernhof, so wie der Stangel wird, nur für viel mehr Action gesorgt. Also da gibt es eben auch Reitunterricht, es gibt aber auch alle anderen Aktivitäten, Schwimmkurs, es gibt Kinderbetreuung den ganzen Tag. Also du könntest zum Beispiel, wenn du da jetzt eine Woche bist, auch mal zwei Tage Ski fahren, auch im Winter oder so, wenn du Zeit hast, die auch einzugewöhnen. Und da ging es mir eben auch so mit diesem Erleben. Du kannst eine Kutschfahrt machen, du kannst so in dem Ding was erleben. Die Kinder können mit Kühen melken, die Kinder können Schafe scheren, weißt du so. Und ich glaube, dass die das schon auch richtig krass feiern würden, als immer dieses Tag ein, Tag aus am Pool. Ja, auch schön. Also wie gesagt, es ist auch mal schön ein, zwei Tage, aber ich habe einfach für mich gemerkt, dass das einfach, also das ist nicht das, warum ich reisen möchte. Ja. Also ich freue mich da auf jeden Fall, wenn die Kinder auch ein bisschen älter sind, wo ich mich auch so arg drauf freue, ist so Safari-Stuff. Ich glaube, das ist richtig geil. Kennt ihr die Bucketlist-Family? Wie? Hauptsache ich stelle die Frage in die Runde und werde nie eine Antwort kriegen. Kennst du Bucketlist-Family? So eine Familie, könnt ihr auf Instagram folgen, echt cool, sind glaube ich Australier oder weiß ich nicht ganz sicher. Und die sind mit ihren Kindern quasi nur reisen, reisen, reisen und erleben halt ganz. Boah, das wäre mir auch zu anstrengend. Aber ich glaube, bei denen geht es echt, weil die, die haben relativ großen Abstand. Nee, ich meinte, es wäre für mich persönlich anstrengend. Ach so, für dich. Also nicht nur mit Kind, sondern ich muss das schon sagen, deshalb, also ich freue mich schon jetzt auch wieder hier in Stuttgart zu sein, so ein paar Wochen, also ich freue mich, also ich, aber weil ich halt auch mein Alltag voll liebe, also ich fühle mich ja auch voll wohl, aber wenn ich halt dann reise, dann will ich auch was erleben. Aber ich finde auch, das ist tatsächlich dann auch immer sehr energieraubend, also wenn man dann so viel erlebt und so viel verarbeitet. Und weil es halt dann kein Entspannungsurlaub quasi ist. Deshalb, wenn ich da überlege, ich hätte das auf Dauer, wäre mir das, glaube ich, zu anstrengend. Ja, was ich halt so schön finde an der Sache ist dieses, und das habe ich mir gerade auch irgendwie, es ist gerade so voll Thema in meinem Kopf, dass ich meinen Kindern was zeigen will und was und fördern will. Und wenn du dann halt bei denen so siehst, die werden mir halt immer mal wieder ausgespielt. Es ist einfach so ein Fünfjähriger, liegt auf so einem Surfbrett und dann wird es mit so einer GoPro, wurde das gefilmt von seinem Vater, und dann schwimmen einfach so Haie drumherum. Und einfach so, oh, Shark, Shark. Und du denkst so, what the fuck? Weißt du, da gibt es Kinder, die sind einfach nur vorm Fernseher. Und das habe ich so, oder das merke ich auch jetzt bei Alea, die ist jetzt über dreieinhalb, die wird einfach in ein paar Monaten gefühlt vier, oder nicht gefühlt, wird vier. Und dass so langsam so dieses Fördern kommt und dass es so viel ausmacht. Also sie hat jetzt zum Beispiel in einem Kindergarten hat sie Yoga und jetzt ganz neu Ballett. Wie sie da drin aufgeht. Und wie mir also auch die Rückmeldung von den Erziehern oder von den Lehrern, von dem jeweiligen, also von Yoga oder Ballett, fragen mich dann immer, macht sie das zu Hause auch? Übt ihr das zu Hause? Ich so, nee, nicht arg. Aber eigentlich schon. Weil sie halt immer mal wieder bei uns sowas mitmacht und auch unser Kinderarzt so nebendran sagt, das ist krass, dass die Alea in dem Alter auf einem Bein stehen kann und mit den Händen was anderes macht. Sie sagt, das ist ein Einschulungstest. Und da finde ich, da merkt man halt schon dieses extrem viele draußen, dieses Schwimmen, dieses, und da will ich so, also habe ich mir so selbst als Ding überlegt, dass ich denen noch viel mehr einfach anbieten will, dass die so, dass die wirklich so einfach, weiß nicht, dass man sie halt fördert in allem. Ja, eigentlich sind wir schwimmen. Wir sollten eigentlich echt uns einen Tag in der Woche festlegen, wo wir schwimmen gehen. Ja, habe ich auch gesagt zu meinem Mann, weil ich auch Angst habe, dass sie es wieder verlernt. Weil, also ich muss sagen, Schwimmkurs war ich ja mit Max und ich finde, das lohnt sich gar nicht. Nee. Aber vielleicht sollten wir wirklich einen Tag und den wirklich mit Uhrzeit festlegen, dass wir da einfach gehen. Okay, machen wir nachher aus, okay. Ja, das würde einfach regelmäßig gehen. Und einmal die Woche ist dann auch nicht too much, finde ich. Nee. Und dann hat man auch einen Nachmittag jetzt über den Winter, wo man einfach was unternimmt. Das einzige Ding ist, wir müssen noch ein Bad finden, wo das Wasser halt warm genug ist, weil ich bin einfach, ich hasse Wasser. Ich hasse auch kaltes Wasser. Ich will da nicht mit rein. Ich auch nicht. Und es ist immer kalt. Dann sagen, schreiben wir mal, nee, das Wasser dort ist super warm. Wenn das Wasser nicht 38 Grad hat, dann ist es nicht warm. Max geht ja auch so ungern in kaltes Wasser. Ja, und der friert auch so schnell. Die Alea ja gar nicht. Nee, Alea ist eine richtige Wassergatte. Wir haben den Pool jetzt runtergefahren auf 15 Grad. Die geht da immer noch rein. Tschau, Leben. Also die, und die frieren ja auch nicht. Ich habe ja jeden Morgen gerade Streit, dass sie eine Jacke anziehen oder einen Pulli, weil die einfach nicht frieren. Aber ich, deshalb, ich bräuchte wirklich ein warmes Wasser und dann hätte ich da auch richtig Bock drauf. Und dann habe ich mir überlegt, ob ich auch mit der Camille wieder ins Kindertunnen gehe. Und dass ich mir das eben dann so aufteile, dass ich einmal die Alea länger dort lasse und mit Camille ins Kindertunnen gehe und einmal Camille länger lasse und mit Alea schwimmen gehe. Mach das doch. Das muss ich mir jetzt echt mal, ich muss mir das vornehmen. Das muss ich mir jetzt auch schreiben, dass ich es nachher angucke. Ich glaube, ich habe da auch noch starkes immer Kindertunnen. Ich muss da nochmal hinschreiben. Ich bin da ja eigentlich auch angemeldet mit Alea. Wir können uns bei sowas halt auch so langsam anfangen, so was so abzuwechseln. Ja, aber Max, das ist ja viel älter wie Camille. Nee, ich meine jetzt, wenn ich jetzt Alea nehmen würde. Sie sagen, so eine Woche gehst du mit beiden, eine nächste Woche, nee. Kindertunnen. Ich bin ohne Eltern. Ja, aber du kannst ja nicht gehen. Doch. Du kannst gehen? Ja, du gibst ab und gehst und kommst nach einer Stunde wieder. Oh, krass, okay. Ja. Ah, dann geht's ja. Ja. Aber ja, können wir auch machen. Ich weiß nicht, dieses Kindertunnen in der Halle hat ja der Alea nicht so viel Spaß gemacht. Aber vielleicht jetzt, ja. Vielleicht jetzt, ja. Weil sie dieses, das ist so süß, wie sie dann dieses Ballett immer nachmacht. Gefühlt galoppieren die da nur. Sie läuft in diesen Hopsalauf und dann wie sie auch schon immer ihre Füße so hinstellt. Süß, Mann. Und dann dieses Plied, das ist einfach so goldig. Und ich dachte immer, Kinder sind voll beweglich. Die ist gar nicht so beweglich. Also das müssen die schon echt trainieren. Also die kommt nicht, also die kommt schon dran. Weil sie das Müll hat. Diese Unbeweglichkeit, ja. Safe. Also da muss, da darf ich unterstützen, sag ich dir. Und seitdem sie, seitdem wir in dieser Ballettschule da waren und diese Klamotten geholt hat, hat sie natürlich auch nichts anderes mehr an. Die geht morgens mit ihren Ballettschuhen aus dem Haus und kommt abends mit den Ballettschuhen wieder heim. Und hat jeden Tag ein Tütü an. Und sie darf das ja, also ich hab einfach noch mehr in billig bestellt von Amazon. Dann kann sie von mir aus den ganzen Tag ein Ballett rumlaufen. Jetzt gucke ich mal, ob sonst noch irgendwas passiert ist. Ach so, ja. Ich hab ein, ähm, ich hab jetzt ein neues Au-pair ausgesucht. Und das kommt dann ab Dezember. Ist einfach schon wieder ein Jahr rum. Ich sehe an meinem Au-pair-Verschleiß, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bin gespannt, wie es wird, weil sie ist wieder viel, viel jünger als Rose. Also, ich glaub, Rose zu toppen ist auch fast unmöglich. Rose ist einfach wirklich krass, aber die Rose macht ihren Weg. Die ist echt krass selbstständig. Aber sie ist, ich glaub wirklich, dass die Rose die Kinder richtig liebt. Also egal, wann sie weg ist. Also wenn die, die hat ja vormittags bis 15 Uhr eigentlich immer frei. Und immer, wenn sie in der Stadt ist oder immer, wenn sie in München bei ihrem Mann war. Nimmt sie was mit. Sie bringt den Kindern immer was mit. Immer. Und auch immer so Sachen, die die dann so mega geil finden. Als letztes hat sie so eine Kneteismaschine mitgebracht. Damit haben die eine Woche lang gespielt. Süß. Oder so Haarsträhnen. Oder das hat auch alles mit Rose angefangen. Die ist da einfach echt, es wurde wirklich schwer, sie zu toppen. Aber, ich muss auch sagen, der Anspruch, also bei mir war es ja bisher immer so, dass ich irgendwie immer passende Au-pair zu der jeweiligen Situation hatte. Also die Sageden war voll passend in dem Moment. Die Rose war jetzt voll passend. Und ich glaube, die jetzt kommt, die kommt aus Jakarta. Große Stadt, also auch Großstadt gewohnt. Jetzt nicht wie bei Rose, die ja wirklich da von ganz, ganz klein kam. Ähm, ist jung, die ist gerade mal 20. Und ich, weißt du, dass dann dieses, dass die ja dann auch mal gehen. Bei der Rose habe ich immer so das Gefühl, ich muss sie dazu auffordern, Freizeit zu haben. Ich muss richtig aktiv sagen, Rose, geh doch. Geh, geh, mach was Cooles. Aber sie ist so. Aber ist ja auch voll schön eigentlich. Ja, wie gesagt, dass er bisher war, jedes Au-pair passend zur Situation. Und da muss ich mal schauen, ob sich meine Situation nochmal verändert. Ob ich irgendwann doch noch ein drittes Kind brauche? Brauche. Wirklich, wirklich brauche. So richtig dumm in meinem Kopf, dieses. Nee, ich habe es mir erschwert, als im Hotel, da waren voll viele Babys auch. Also so vier bis sechs Monate oder sieben Monate. Und dann die Eltern und die waren einfach am Essen genervt, am Pool genervt. Und ich dachte so, nee, also. Also weißt du, dann krabbelt es da am Pool auf dieser Spieldecke rum. Und da muss man wickeln und rumtragen und man kann nicht sitzen. Und ich dachte so, nee, also ich, so stand jetzt, nee. Ja, das ist witzig, bei mir entwickelt sich das ja immer so. Also ich hätte einfach keinen Bock auf diese Babyphase. Also das ist einfach, also, nee. Ich habe, also ich, aus zwei Gründen zweifle ich dran. Erster Grund, ich will, ich will ja eigentlich für meine Kinder, die ich schon habe, halt auch eigentlich noch mehr da sein und auch mehr machen. So mehr erleben und das wird ja dann wieder total eingeschränkt durch ein weiteres Kind. Und das ist so was, was so dagegen spricht. Dann, dass ich, dass halt drei Kinder schon echt eine Hausnummer sind. Und dass dann halt auch so was, weißt du, wer lädt denn dich noch zu einem Playdate ein? Also weißt du, du wirst ja, du wirst ja durch diese vielen Kinder auch irgendwann isoliert. Weil, zu dir sagt ja niemand, also selbst, selbst du würdest jetzt nicht sagen, ja, kommt doch alle vier dann rüber. Wenn ich jetzt noch ein Kind weiß einfach, das ist ja dann, und so ist es ja dann mit allen Playdates. Andererseits werden die Kinder ja auch älter und die können sich ja auch irgendwann verteilen auf ein Playdate. Also ich wollte gerade sagen, also später gibt es ja dann irgendwie nicht mehr diese typischen Playdates, sondern dann, dass Mama und Mama Kaffee trinken. Ich wollte gerade sagen, sondern dann ist alle ja alleine irgendwo oder Max alleine irgendwo. Genau. Und deshalb, das wird sich ja dann schon auch verändern. Was aber dann auch wieder traurig ist, dann sind sie morgens in der Küta und mittags ist man wieder nicht mit denen zusammen. Ja, deshalb, und das meine ich ja, weißt du, die Zeit, die geht so schnell rum. Ich meine, guck mal, Camille ist einfach schon wieder über zwei. Hör mal auf, ja. Die spricht, die, und ich denke mir, das ist jetzt wieder so schnell vorbeigegangen. Und es sind ja eigentlich, okay, kann ich jetzt eigentlich gar nicht beurteilen, weil meine Kinder sind ja noch nicht älter. Aber ich finde, so langsam, hey, das ist doch irgendwie klar, es ist manchmal anstrengend und so. Wenn die dann zoffen oder so, aber es sind Kleinigkeiten. Ich wollte gerade sagen, also ich, also ich habe jetzt Max vier oder fünf Tage nicht gesehen, weil jetzt das, das war das zweite Wochenende, nee, doch, das zweite, nee, das erste Wochenende, wo jetzt der Max richtig beim Jörg war, das andere Wochenende war, als ich jetzt umgezogen bin. Also da war ich ja auch beschäftigt. Und das muss ich sagen, ist schon cool, weil ich jetzt quasi die Zeit voll nutzen konnte und ja quasi sogar weggeflogen bin. Aber ich habe ihn einfach so krass vermisst. Oh mein Gott, ich freue mich so auf Max. Und ich weiß, dass ich heute Mittag wahrscheinlich wieder gestresst bin wegen, keine Ahnung was. Ja, dann bist du wieder genervt. Aber ich vermisse ihn so, oh Gott, und auch bei jedem. Und das war zum Beispiel krass in dem Hotel, wenn ich immer so Max sein Alter gesehen habe, ich denke so, oh, kann ich mit dir spielen? Ja. Ich habe ihn so vermisst und das war so schlimm. Und was mir jetzt auch aufgefallen ist, also der eine Punkt, wo ich noch Angst davor habe, ist, dass ich nie wieder dieses, was ich jetzt ja ab und zu mache, dass ich mein Wochenende weg kann oder mal beruflich irgendwo. Aber ganz ehrlich, das kannst du auch, weil Alia dann so alt ist, dass sie auch keine Freundin übernachten kann. Ja. Oder also zum Beispiel, guck mal bei Max, also ich hätte jetzt sogar die Möglichkeit, Max würde übernachten, also bei seinem Papa logischerweise. Er würde übernachten, zum Beispiel jetzt auch bei meiner Mutter, das war ja, ach, das muss ich euch vielleicht erzählen. Ich war letzte Woche bei meiner Mama und ich bin ja morgens hingefahren und dann hat der Max gesagt, wir bleiben aber ganz lange bei der Oma. Ich so, nee, Max, Mama muss leider zurück, weil ich muss arbeiten in Stuttgart. Er so, nein, er will lange bei der Oma bleiben. Ich so, Max, das geht leider nicht. Und dann sagt er, Mama, du fährst heim und ich bleib bei der Oma alleine. Und das war das erste Mal, dass er das gesagt hat, weil sonst immer, wenn ich zur Oma gefahren bin, also zu meiner Mutter sagt er, aber Mama, du bleibst auch da. Also es war das erste Mal, dass er quasi gesagt hat, hey Mama, mit mir ist es okay, wenn du gehst und ich übernachte bei der Oma alleine. Camille sagt das auch. Ja, das war aber bei uns nie so, weil es logischerweise, die nie so eine krasse Bindung hatten, weil meine Mutter wohnt ja weiter weg und wir sehen uns nicht so häufig. Aber ich glaube, dadurch, dass wir im Sommer zusammen im Urlaub waren, jetzt mit dem Umzug und wir uns einfach als Häufel gesehen haben, dass Max dann, es ist zwar krass und deshalb möchte ich es auch auf Rechte halten, weil jetzt habe ich meine Mutter, wo ich übernachten würde. Er würde selbst beim Robin, also bei meinem Bruder würde er 100 und bei Pauline, also seiner Freundin, würde er 100 Prozent auch übernachten. Er würde bei Mireya übernachten, bei Leonie, also Leonie ist an sich eigentlich nur die Babysitterin, die wir seit Anfang an haben, aber es ist eigentlich auch wie ein Familienmitglied oder ihre ganze Familie. Also wenn zum Beispiel Max quasi bei Leonie übernachtet, die wohnt noch zu Hause, dann ist wie, ich glaube, ihre Eltern sind für Max auch wie Oma, Opa tatsächlich. Also er hat ja nur eine Oma und Opa, weil die Eltern vom Jörg, die leben nicht mehr und deshalb, es gibt ja schon und umso älter, das wäre ja früher nicht möglich gewesen und es ist ja deshalb möglich, umso älter die Kinder werden, umso mehr Bezugspersonen sie haben, umso mehr sie mit den Leuten, und deshalb ist es ja glaube ich dann, wenn du jetzt nochmal, sagen wir nochmal, zwei Jahre ein Kind kriegen würdest, dann ist Alea sechs, dann könnte sie auch bei mir übernachten, weißt du? Weißt du, was ich witzig finde? Ich dachte, wenn ich das jetzt hier droppe, dass die Anahita eher versucht, mir das, weißt du, auszureden und jetzt kriege ich hier voll den Support, aber ja genau, und ich glaube, bei mir ist es halt so, wenn ich jetzt eine weitere... Also ich glaube, ich fände es schon schön, also dadurch, dass ich halt, glaube ich, selber kein Kind mehr haben wollen würde, also ich fände es schon schön, das mit dir nochmal zu erleben und... Leute, ich bin schon schwanger jetzt. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Ja, wenn man es nochmal mitnimmt. Also zum Beispiel Camille habe ich halt so gar nicht miterlebt und das war für mich halt so... Das ist irgendwie auch voll schlimm, muss ich sagen. Und für mich ist es auch schlimm, weil ich habe die Camille... Und das ist halt auch immer in meinem Kopf, ich denke immer, wenn ich an ein zweites Kind, ein drittes Kind denke, denke ich immer an die Situation zurück mit Alea und Camille, aber so wird es ja nicht. Nee. Es wird ja ganz anders. Und dadurch, dass ich es ja selber bei Max auch nicht... Also ich hatte, bei Max habe ich ja dieses Babyding gar nicht erlebt, bei Camille habe ich es irgendwie nicht mit... Also ich habe Camille gar nicht erlebt, die war plötzlich jetzt anderthalb, zwei. Jetzt ist es so, dass ich denke, alter, Camille ist einfach... Ich könnte sie auffressen. Camille ist so kurz süß geworden, Alter. Aber bis zu dem Alter war Camille für mich irgendwie nicht präsent, würde ich sagen. Ja, aber bei mir ja auch, weil die Alea so vereinnahmt war. Ja, und ich glaube, wenn du jetzt nochmal ein drittes Kind haben würdest, könnte ich halt, glaube ich... Klar, das war ja nicht mein Baby, logischerweise... Aber ich könnte halt die Babyphase nochmal mitmachen, weil wir halt auch jetzt so nah am Lander wurden. Und dann hast du ja auch wieder Lust. Weißt du, weiß ich meine. Und ich halt dann zum Beispiel, wenn du jetzt auch nicht so bist, dass du jetzt dann klammerst, weiß ich, dann könnte ich auch mal das Baby haben und so. Und es wäre aber trotzdem ja nicht meins, dass ich so diese... Ich habe halt schon Angst vor diesem Wochenbetsdiskussion. Und das hätte ich ja nicht, wenn ich nicht selber schwanger hatte. Ja, das ist so witzig, was noch ein Punkt wäre gewesen, dass ich tatsächlich Angst gehabt hätte, dass unsere Freundschaft eher darunter leidet. Eigentlich gar nicht. Weil ich dann gedacht hätte, weißt du, dass du dann so denkst, jetzt bleibt die in diesem Muttergame stecken. Nee, gar nicht. Und genau, das war auch noch ein Punkt, weil ich habe ja jetzt in den Sommer oder in den letzten Monaten jetzt so richtig Freiheit geschnuppert. Ja, es ist schon auch geil. Genau, es war geil. Aber das könntest du trotzdem haben. Und, aber ich habe mir auch gedacht, das ist es nicht. Ja. Das ist einfach nicht das, wo ich so denke, ja, darauf habe ich jetzt richtig Bock. Ich habe mir gedacht, als ich jetzt nach Hamburg musste für dieses berufliche Event, also das ist ja toll und so weiter, habe ich mir gedacht, nö, das ist es nicht. Ja, aber ich glaube, da ist noch was anderes, weil du das ja mit niemandem wirklich teilen konntest, weißt du, was ich meine. Also, ich muss halt sagen, zum Beispiel... Klar, wenn ich jetzt mit dir zusammen unterwegs bin, so ein Wochenende. Ich muss sagen, aus dem Urlaub nur mit Freundinnen habe ich jetzt schon auch genossen, aber ich weiß, was du genau meinst. Weil ich, als ich da dann unterwegs war mit dem Quartel zu, vielleicht bei euch würde es voll gerne mit Max alles sein. Ich würde den Stranden Max gerne zeigen. Also, die Sachen, die ich quasi dann auch schon auch alleine lebe, würde ich aber am liebsten mit meinem Kind auch irgendwie teilen und das einfach mit ihm erleben. Und so, klar, es ist mal geil, so. Genau, es ist mal geil. Es ist auch mal geil zu feiern. Genau, aber mal. Aber wie oft sind diese Dinge? Wie oft sind die und ist es das und ist diese drei Tage im Jahr, wo du dann Party machen gehst und am nächsten Tag ausschlafen, ist es das dann wert, komplett zu sagen, ich will kein Kind mehr für ein Jahr. Aber es ist beides möglich. Ich würde mal sagen, so Ende Schwangerschaft bis Ende Stillzeit. Ja, okay, mit Schwangerschaft und Dings, sagen wir, du bist anderthalb Jahre out of game. Genau, aber was sind anderthalb Jahre? Und ganz ehrlich, schwanger, also schwanger kannst du auch noch fallen. Ja, vor allen Dingen ich, weil es ist mehr kacke. Und ganz ehrlich, die ersten neun Monate, wenn du jetzt neun Monate stillen würdest, okay, muss man ja rein, theoretisch nicht. Es reichen auch drei oder vier Monate und dann bist du ja wieder. Ich würde auf jeden Fall, wenn du ein Au-pair hast, ja erst recht. Ja, und genau, das ist noch ein Punkt, weshalb ich drüber nachdenke. Okay, ihr merkt, ich denke sehr intensiv drüber nach, richtig gut, dass ich das hier öffentlich teile, ein bisschen dumm vielleicht. Ich hab mir gedacht, ich bin im perfekten Circle. Weißt du, ich hab jetzt dieses Haus ist fest, ich hab die Carrie für den Hund, ich hab ein Au-pair, ich hab Gina, Antonella, Daniel, unsere Nachbarn, wären immer für mich da. Meine Mutter ist noch da, sie wird hoffentlich noch lange da sein, aber meine Mutter ist jung, mein Vater ist da. Aber ich hab einfach diesen Circle um mich rum, der mich, egal, auch wenn es schwierig werden würde oder wenn ich jetzt, ich hab so ein bisschen Angst, dass ich jetzt nicht mehr stillen könnte oder so. Ja, aber mein Gott. Aber selbst wenn, weißt du, ich bin in der Kita, ich würde da einen Platz kriegen, es wäre so ein, es würde so laufen. Und das Witzige an der ganzen Sache ist ja auch noch, dass ich ja immer dachte, ich bin alleine mit diesen Gedanken. Aber wer eigentlich schon einen Schritt weiter ist, ist eigentlich mein Mann. Der sagt zwar immer, der sagt immer zu mir, das ist verrückt, gell, das ist verrückt, oder? Aber so, also er sagt mir eigentlich, wir sollten das nicht tun. Also ich glaub, bei uns beiden ist es wirklich ganz intensiv so, dass der Kopf, wenn das bei euch beiden durch wäre, dann würdet ihr auch ganz anders verhüten, also tut mir leid. Bei uns beiden ist es definitiv so, dass die Vernunft und der Kopf sagt nein, aber bei beiden sagt das Herz, glaub ich, ja. Ja, aber ich weiß tatsächlich nicht bei ihm, ob das wirklich so ist oder ob es eine Wunschvorstellung ist, weil er viel zu arg dich auch für sich alleine haben will. Und ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaub, das ist der Grund. Ich glaub, das ist der Grund, dass ich wieder zu Hause bin. Das schon, aber du weißt auch ganz genau, wie schwer, also immer die Anfangszeit mit den Kindern war für die Beziehung. Und ich weiß nicht, ob, also, er sagt auch. Und euch tut die Zeit, wo ihr ganz allein zum Beispiel auch Urlaub habt, schon krass gut. Und das halt zu machen mit drei Kindern, das ist auch, also. Ist eben schwierig. Ich weiß schon, was er meint. Er denkt wahrscheinlich, okay, ich schwängere sie, dann ist sie wieder schön brav zu Hause. Aha, voll assi. Ja, ist so. Aber ich glaub, er denkt dann halt nicht weiter. Ja, das hab ich ihm auch gesagt, so hast du da wirklich Bock drauf? Hast du da wirklich Bock drauf? Und ich weiß, eigentlich die Antwort ist, er sagt ja, er meint aber nein. Weil er kann mit dieser... Bei mir bleibt er eh an dir hängen. Er hat ja nichts damit zu tun. Aber weißt du, ich weiß es ja jetzt. Ja. Weißt du, deshalb, das ist keine Entscheidung, wo ich reingehe und dann nachher überrascht bin, dass mir niemand hilft. Ja. Sondern das, ich und ich... Ich würd's mir drauf, also... Nee, ich muss mir das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut überlegen. Und vielleicht auch, weil, klar, das Alter meines Meines spielt schon auch eine Rolle. Aber ob jetzt ein Jahr hin oder her, macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Also, es spielt eine Rolle in dem Sinne, dass halt dein Kind einen alten Papa haben wird, aber es spielt dir keine Rolle. Also, ja, doch, ab einem gewissen Alter spielt auch das Alte... Sperma? Mhm. Echt jetzt? Spielt... Ich dachte nur, dass sie halt langsamer werden, dass es halt schwieriger ist, schwanger zu werden. Das muss ich vielleicht nochmal nachlesen. Also, ich hab nur gehört, also, dass tatsächlich das Alte vom Mann egal ist. Es ist halt nur schwieriger, schwanger zu werden, weil quasi, wenn die jungen sind, sind halt so ganz viele Spermas, die da reingehen. Spermas. Sperma, keine Ahnung. Spermien. Stimmt, Spermien. Und umso älter ein Mann wird, umso weniger werden es. Und die werden halt langsam. Das heißt, und früher sind die halt ganz schnell in die Eizelle und die Proven... Und jetzt sind die ja so... Ja, die gehen jetzt so gemütlich da rein. Ich komme. Warte. Vielleicht bist du deshalb noch nicht schwanger. Die sind zu lahm. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ja, keine Ahnung. Ich würde es mir trotzdem, wie gesagt, gut überlegen. Ja, ich muss da mal eine Pro- und Kontra-Liste schreiben. Darin bin ich gut. Jetzt haben wir echt viel gelabert. Ja. Okay. War schön. War schön. Es ist voll im Stimmensollo, wie wir schwanger werden. Ja, oder? Ja, also ich würde so viel anders machen. Ich würde so viel... Also erstmal würde ich ganz fest sagen, ich mache drei Monate lang, arbeite ich. Gar nichts. Drei würde ich jetzt nicht machen, aber einen Monat würde ich auch machen, ja. Ich würde... Nee, ich würde... Ich brauche... Ich muss ja kein Geld verdienen. Ich würde mir wünschen, dass ich stillen könnte. Wenn ich es nicht könnte, würde ich aber nicht abpumpen. Ich würde mich nicht darauf festlegen, dass ich... Also ich werde mich darauf einstellen, dass ich eventuell nicht stillen kann. Genau. Aber... Also ich würde es halt voll gerne mal... Also... Erleben? Mhm. Ich würde... Ich hätte voll gerne eigentlich noch mal ein Mädchen. Richtig. Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Junge. Das ist so witzig, das sagen alle. Das ist am Anfang... Vielleicht... Und so geht es mir mit einem Junge. Ich glaube, ich hätte einfach... Ich wäre... Ich würde erstmal noch... Ich würde unser Haus umbauen. Ich würde nämlich aus dem Büro von meinem Mann, das würde ich hoch bei uns unter die Schräge bauen. Ja, stimmt. Und dass das nochmal ein Kinderzimmer machen, dass das O-Pair auf der Etage bleiben kann. Also wie weit hast du schon gedacht? Ciao, Leben. Alter. Ich habe auch schon überlegt, ob der Wickeltisch da drunter passt oder ob ich mir den Kopf anhau, wenn ich den nach hinten schiebe. Ich war schon weit. Aber das Witzige ist, weißt du, wenn ich morgens aufstehe, die ersten Gedanken sind, Olivia, lass es. Und dann geht eine... Also stopp mal. Du stehst morgens auf und dein erster Gedanke ist überhaupt, will ich ein drittes Kind? Ciao. Okay. Der erste Gedanke ist... Und dann ist aber der Gedanke... Wow. Nee, nee. Lass es. Olivia, lass es einfach. Wow. Lass es. Und dann geht eine Stunde ins Land, dann bin ich so... Vielleicht. Dann sind drei Stunden vergangen, die ich mir so... Safe. Okay, das ist so... Also das macht so... Aber das war bei mir, bei Camille, aber genau das Gleiche. Das war zuerst, nach Alea war das so richtig ein Cut, so nein. Aber es war ja auch nicht sonderlich geplant. Ja, genau. Ja, wobei... Ja, schon. Ja. Es ging halt nur sehr schnell. Das war so, der Gedanke war so wie jetzt, dass ich gesagt habe, hm, schauen wir mal. Und dann zack, schwanger. Nee, aber da war es auch so diese Phase, auf gar keinen Fall. Dann war die Phase, ja, nein, ja, nein, ja, nein, nein, ja. Und es wurde immer weniger nein, bis hin zum ja. Oh Gott, wenn ich meine Mutter das erzähle, die flippt aus. Also die denkt sich, sag mal, bist bescheuert. Naja. Okay. Okay, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Super. Bis zum nächsten Mal, war schön. Ade. 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 Vielen Dank.